hallo ich habe meine freunde nein das war ja wir sind zurück bei castle crashers und haben alle teile und können jetzt endlich über die see schippern mit dem schönen schiff so schaut so das sind japanische das sind japanische piraten das muss so alter ich werde noch seh krank japanische musik mit dubstep irgendwie aber naja wir wollen ja mal nicht kleinlich sein also abgehen wir die typen schon irgendwie irgendwie machen die so geräusche wie an so einem spielautomaten ein bisschen nein mein geld du hast ja auch noch nicht genug nein habe ich nicht ich spare doch was denn das schwert das ich haben möchte ich habe mein spiel leise gestellt alter das gibt es doch scheiß bürgen Was geht mir so auf den Piss? Wieso habe ich eigentlich die falsche... Das falsche Ding? Die falsche. Äh, das falsche Tier. Frag mich nicht. Wieso bin ich tot? Frag mich nicht. Ich glaube, wir gehen dann erstmal Heitren gekauft. Ich steh wieder völlig neben mir. Nein, sie sinken! Nein! Oh nein! Ich will noch mehr kämpfen. Runter! Komm, spring! Funktioniert irgendwie nicht so. Wollen wir Heitränke erstmal kaufen? Oder? Hm, ja. Was war das? Eiskalt! Fuck. So. Komm, 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 komm. Oh, ein Schwert. Das hatten wir noch nicht. Kann ich mal sehen. Oh! Schöne Schwert. Guck dir mal die... Die Dinge jetzt da vorne. Nicht schlecht. Könnte ich gebrauchen. Warte, was hat man jetzt? Warte, warte mal. Das ist schon stärker. Ja, okay. Ne, dann nehme ich über das hier. Das ist besser. Das hast du meins. Ich komm nicht an das Loch dran. Äh. Klar, kill erstmal alle. Ja, normal. Ey, warte, haben wir eins von... Ja, da unten ist noch eins. Siehste? Ich achte jetzt mal auf diese Dinge. So viel ich denke. Achso. Die Kotze! Penis! Ich wollte springen. Irgendwie treffe ich heute nicht. So, was haben wir da? Nein. Was? Die kotzen uns das mal an. Ich bin nicht angefotzt, wer... Kommst du klar? Ja, so ein bisschen. Was wollen die eigentlich? Ich bin nicht. Komm, ich helfe dir mal ein bisschen. Thank you. Und ja, habe ich keine Ketten gebrochen können. Und ja, habe ich keine Ketten gebrochen können. Nein. Ja, wir werden jetzt so verkacken. Das sehe ich jetzt schon. Wie ihr mich erstmal instant? Ich kann dich nicht halten. Ich weiß. Und wein doch. Wein doch nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Das ist das ganze... 200. Du könntest ja Medic werden. Naja, danke. Ich bin eher so der Sniper, weißt du? Ah. Man muss aber echt genau stehen hier. Oh ja. Was? Wie kann ich den nicht getroffen haben? So. Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, heute ist ein schlechter Tag. Nein, wieso? Für mich. Quatsch. Das darfst du nicht so sagen. Das passiert ja. Aua, man. Alter. Man. Ihr Penisse. Man. Bam. Ja. Übertrag doch nicht, Leute. So. Zwei sind tot. Da. Siehst du noch irgendwo Kreuze? Ich achte gar nicht auf die Kreuze ... Hier. Ich achte auf die Kreuze, deswegen ... Hö? Ja, du musst da sehr genau stehen, wie du ... SAeg! Lololololololol, ja. trotz mich ja dann steh ich drauf ist noch eins ist auch ein spektort pass auf also bisher war hier noch krepp und wenn man schwer von dir eigentlich ganz weiß ich kenne zuerst auf dieses scheiß ding ehrlich jetzt ich glaube nach der wüste müssen wir echt mal medipacks kaufen oder heiltränke dass du hast du hast du gestalt du hast du schien dix 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 ein Dings da, was auch immer das war, die Bienen, oder, keine Ahnung, Alter, ernsthaft, diese scheiß, Käfer, ja nicht nur die Käfer, diese Sandkämpfer hier, was immer das ist, nö, die gehen eigentlich, wir brauchen ultraviele Stinke, du brauchst 32 Schaden, ich mach nur 7, nein, jetzt mach ich auch komischer, ach doch, ach doch, wenn ich so ein Special Ding jetzt mach, ich bräuchte auch mal wieder was zu essen, ich steh genau drüber, man, Aha Ah, ich bin so ein Idiot Stupid Spile mich auch Oh, ne Giraffe Ey, ich hab mal ne Giraffe wieder Okay, wir müssen doch nicht zurück Alter, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt schief? What the hell? Jetzt bist du tot Jetzt musst du mich mal Ja anstatt erstmal den Gegnern Das ist uncool Kreuze Oh, jetzt kommt noch das Ufo Hat das grad ein Lead abgespielt? Ja Konnte man das nicht angreifen? Äh, doch, doch Ah doch Jetzt hab ich's gehabt Dammit Warte, die Entschuldsplatten Vorsicht Achja, stimmt, da war ja was Warum springt der jetzt nicht? So Ja, das war nochmal ein schönes Ufo Möp Nöp, wir müssen noch eins Vorsicht Leck Ja, dann lass es doch falsch machen Alter Was geht denn mit dem? Dann einfach, bleibt mal stehen Ahaha, scheiße So macht man das Ey, da bringt die Magie wirklich was Ohne Scheiße Das war geil Du hast ihn geköpft Enthauptet Enthauptet Ähm Ups Ich will nicht Ich will nicht Ich will nicht Du kannst ihm nachher ausweichen, ne? Echt? Ja Oh Also nicht für ewig, aber du kannst ihm schon ausweichen Ja, das ist halt Die Entwickler Wie geil Das haben wir beim ersten Mal nicht gesehen, oder? Stimmt Hängen die erstmal da Naja So, was haben wir denn hier so? Ja komm, mach den Alarm an Wie da oben einfach nur ein Viersitz So eine Fledermausse, oder so Wie da oben einfach nur ein Viersitz Warum köpfe ich die immer alle? Nimmst du rechts, bisschen links? Ich kann Oh, vielleicht schaffen wir das doch ohne Heiltränke Eventuell Du musst halt nur den, äh, Hochsprung Diese Hochsprung hat er gemacht Ah Quatsch, Hochsprung Ich bin vorbei, die gerade an der Leertaste Aber du wirst was da ist, sit Okay, ich bin da voll Die ziehen noch kaum was ab, nur weg zu springen Jaja, die sind noch mit einem Schlag tot Ich brauche das Geld Und die zu Moni Hörst du mal wo ich bin? Diese Shooter nerven halt Ja Neue Kombo Neue Kombo Achja, das war diese Kack-Kombo War das diese Kopfnuss? Weiß ich nicht Irgendwie sowas So, wir kommen weiter Oh, oder so Es braucht das Vieh, ey 600 Kilometer Der ist schon, äh, ja Der ist voll drauf Ein echter Rambo Schroder Sitz So unnötig Bom, ich bleib immer an dem Teil hängen Du lässt es mal Wann machst du denn? Au Ah, Mann Nerve ich nicht Komm, 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 komm Geld muss da hin Oh nein, nein Oh, jetzt kommst du Du musst dazwischendurch laufen Ich lauf dir gleich dazwischendurch Ja, so Du musst dazwischendurch Da kann ich doch nicht Nicht konzentrieren Jetzt kommen hier diese Scheiß Nein, komm einfach weiter Auf geht noch was Kannste dann Alter, 10 Sekunden Das schaffen wir nie Ja, nein, nein, los Da muss nur einer durch, da muss nur einer durch Nein Boah, das ist doch nicht wahr Sind wir durch? Ja, sind wir Noch ein bisschen gebrannt Das ging doch doch Haben wir hingekriegt, haben wir hingekriegt Das ging Warum? Meins, Mann Ja, find ich geil Ich mag das irgendwie Ich mag Lamas Irgendwie kann man damit Fußball spielen Stimmt Im Prinzip müssen wir hier nur durchrushen Ja Na, jetzt kommt wieder dieser Wirbelfutzig Nicht mehr lange So Nein Niemals Klaus bin ich mein Lama Wieso kann ich denn nicht auf das Lama drauf machen? Weil das Lama dich nicht mag Wahrscheinlich Du musst es sägen und pflegen Niemals zu Niemals zu Ich frag das gar nicht Ist besser auch Ist besser auch Ist besser auch Du und dein Lama Du und dein Lama Du und dein Lama Ja Ich sterb an Spucke Hier ist ein Kreuz Ja Warte 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 Ich glaub Ach egal Ich mein die jetzt hier glaub ich auch Ne Minus Mana hat er Ne Komm lauf da einfach weiter Mann Die musst du doch nicht töten Nein Ich will das Lama haben Ich will das Lama haben Da ist noch nix Da ist noch nix Penis Klaut alles weißt du Natürlich für harte Arbeit wird niemand Pilot Söh Harte Arbeit Vom Arsch Wir hätten uns mal jetzt Tränke kaufen sollen Nein Ja 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 Erstmal gegen den Fetten Ja Schmeiß mich erstmal weg Genau Ja Ist ok Ok ich hab den Daumen gemacht Aber ichs kann Wie kriegen wir eigentlich diese Katze da? Die wehs ich nicht Ja 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 Na komm schon Du bist doch fast down Mann Ja Jetzt bin ich down Der Fette lebt nicht mehr lang Du aber auch nicht Ich weiss Nein Ja Unrealistisch Was denn daran unrealistisch bitte Oh Ich kann Das ist so gegen so ne Monster Katze die ich das schaffe aber nicht gegen so ne kleinen Mächtigen Penis alter Penis So Na warte wir gehen mal Hier hoch Nein Da war der Diebesladen das war zu teuer Äh hier irgendwo Ja rechts glaube ich Ne im griechenladen war es auch teuer Doch ne da war die Tränke billig Nein waren sie nicht Ne sind 14 14 Das geht noch billiger Ich glaube 11 waren die Beim Dingsladen Ja Wait Hier glaube ich Ja beim Vulkandaden 12 12 12 12 12 Ist das für ein Vieh Ok Äh Ne 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 Ach die hatten wir schon Können wir nach neuen Waffen gucken Ne mit 15 erst Mh Dann erst später Ich bin glaube ich schon 15 Ja du bist 16 Oh Na gut wir gucken mal Stimmt Was gibt's denn hier so schönes 15 Das ist das was ich jetzt hab Ne das hier wäre für dich gut Plus Verteilung und Mana Mh Soll mal gucken Was kann ich nicht nehmen Was soll die hier eigentlich bringen Das ist auch das wäre gut für mich Keine Ahnung das ist so eine Einsteigerwaffe So Ist das hier Das wäre auch gut aber die kann ich auch nicht nehmen Ich will gleich nochmal nach vorne da gab's Warte 15 20 1 1 1 15 Agilität Was hat das 20 Ah kacke 35 Plus dran Mh Mh Ist das 30 5 15 15 Ja der Blitz Der wäre doch eigentlich wirklich gut Ja ja Ähm Kann ich schon nehmen aber Ich glaube ich nehme vorne wieder die Waffe dann Kannst du ihn überhaupt was für ein Level wissen ja Ich glaube es auch gut war Der hat aber minus 3 War noch Hm Dafür plus Sterbe Na gut ich glaube ich nehme erstmal die Waffe da vorne wieder und mit Level 15 kann ich ja nochmal gucken Ne das hier wäre auch nicht schlecht für dich plus 2 Mana und plus Ja bei Level 20 7 Na das stimmt allerdings Die werde ich mir auf jeden Fall dann holen Was ist das? Das ist doch geil hier Komm schnapp sie die Ja dann nehm die auch mit Naja erst 15 Ich bin erst 14 Warte noch Oh sorry Ich bin grad am überlegen Wo ist meine Waffe hier gewesen Das hier Machen wir jetzt mal eine Folgenpause? Ja können wir machen Gut Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder Bye Castle Crashers Castle Crashers Oh Gott ich bin verwirrt Naja egal Tschüss